Diese Episode hat, was wir alle erwartet haben, nach dem aufregenden Ende der letzten Episode, die große Show der Gegend, wo man auszahlen kann. Vor dieser Show verbrachten sie Stunden mit Bohren und der Suche nach Artefakten und Hinweisen. Viele Leute sitzen auf heißen Kohlen. Was wirst du finden? Wird dort ein Schatz versteckt sein? Oder wird der Tunnel zu gefährlich zum Erkunden sein? Warten Sie bis zum Ende des Films, um zu sehen, was das Team von Oak Island schon lange erwartet hat. Zu Beginn der Show ist die Aufregung und Vorfreude des Teams deutlich zu spüren. Jeder, der arbeiten möchte, ist begierig darauf, damit die Operation beginnen kann. Jeder ist daran interessiert, was gefunden wird. Das Team plant, Kameras in die Bohrlöcher zu stellen, damit sie deutlich sehen können, was darunter liegt. Beschuldige Auto Ein Experte für Unterwasserbildgebung wurde gebeten, das Team zu dem großen Fund zu führen, den sie erhofften zu machen. Dies unterscheidet sich von anderen Prozessen aufgrund der Tiefe des Bohrlochs. Und das, was ins Visier genommen wird. Die erste Aufgabe des Grabungsteams des Tages ist es, die Aladinshöhle zu überprüfen, die etwa 42 bis 44 Meter tief ist, um zu sehen, was dort vor sich geht. Unter anderem hofft das Team, Schätze zu finden, mehr über die Geschichte der Höhle zu erfahren und was ihre Gestaltungspunkte zeigen. Und am wichtigsten, finde die Ein- und Ausstiegspunkte. Interessanterweise erscheinen alle Fragen und Hoffnungen basierend auf dem, was Idean Technologies gesagt hat, nicht allzu weit hergeholt. Tatsächlich scheinen alle sehr machbar zu sein, wenn sie geduldig sind und genau hinsehen. Die früheren Beobachtungen und Datenerfassungen haben uns viele Informationen darüber gegeben, was zu erwarten ist und wonach Bereichen mit vielen Anomalien zu suchen ist. Die neue Geschichte ist interessant, weil sie der Schatzsuche etwas Neues hinzufügt. Basierend auf den gesammelten Informationen scheint es mehr als einen Ort zu geben, an dem Reichtümer versteckt sein könnten. Die Bohrmannschaft hat sich entschieden, zuerst eine Kamera in das Loch L14 zu setzen, das sich am südlichen Ende der Aladinshöhle befindet. Das Erste, was getan werden musste, war das Loch vorsichtig zu öffnen und die hochauflösende Kamera tief hineinfallen zu lassen. Dies dient dazu herauszufinden, wo es sich genau befindet und seine Herkunft durch Betrachtung seiner Struktur nachzuweisen. Nach der Operation, die gut verlaufen sollte, wird Blaine die Operation durchführen, für die er eingestellt wurde. Ein Sonascan zur Erstellung einer Karte der unterirdischen Anlage und Eigenschaften. Blaine Carr, ein Experte für Unterwasserbildgebung, legte die Kamera vorsichtig in das Bohrloch, während die Lichter an waren. Die Kamera war an irgendeine Art von Seil gebunden. Sobald die Kamera nach unten zu bewegen beginnt, kann man sehen, dass die Leere voller Wasser mit etwas Metall darin ist. Das Team glaubt, dass sie bald einen 3D-Sonascan durchführen können. Das ist möglich, aber sie sehen etwas, das sie unsicher macht. Die Bilder aus der Kamera zeigen irgendein Ding tief unten und das Team lässt es tiefer sinken, um besser sehen zu können, was es sein könnte. Nach einer Weile des langsamen Absenkens des Bohrers hielt das Team an, um die Seite des Lochs zu betrachten, die sich als Rand des Gehäuses herausstellte. Um mehr zu erfahren, wurde die Kamera umgedreht, damit das Feature von allen Seiten gesehen werden konnte. An demselben Tag wurden die Zähne der Höhle gefunden. Als die Kamera noch einen Fuß tiefer gesenkt wurde, zeigte das Bild aus der Kamera die Höhlenöffnung. Weiter in der Höhle konnten die Seiten, Wände und der Abhang gesehen werden. Aber es schien, als fehlte etwas anderes oder war außer Sicht. Die Kamera wurde weitere 3 Zoll gesenkt, weil Marty mehr um den Rand des Vorsprungs herumschauen wollte. Weiter in der Vorsprung gab es ein viel größeres Loch, das wie ein Tunnel oder ein Gut aussah. Um ganz nach unten in die Höhle zu gelangen, wurde die Kamera noch tiefer abgesenkt. Sie war etwa 15 Zentimeter tiefer, als sie ein sehr großes Loch fand. Die Kamera wurde langsam um 360 Grad gedreht, um zu sehen, was um dieses Loch herum war. Das Bild zeigte einige mittelgroße Erdhügel, die so aussahen, als hätten sie etwas unter sich. Aber es war schwer zu sagen, ob diese Beulen an der Höhlenseite oder am Boden waren. Ein Klumpen, der härter als die anderen aussah, konnte im richtigen Winkel gesehen werden. Es sah aus wie ein zerbrochener Felsen mit scharfen Kanten. Der Felsen war oben flach und hatte eine Form, die so aussah, als würde sie etwas verbergen, was der vergrabene Schatz sein könnte. Im Moment besteht keine Chance, etwas anderes zu finden, bis mehr Daten betrachtet wurden. Das Forschungsteam entschied sich dafür, voranzukommen, indem es einen Scan der Höhleneingang im Interpretationszentrum machte. Es gab bereits ein neues Projekt und der magnetische Analysebericht war fertig, nachdem die Universität St. Mary's die Daten verarbeitet hatte. Es scheint, dass die Archäologen im Team mehr über die bereits gefundenen Artefakte und die Magnetometriestudie der runden Steinmerkmale in LOS 5 wussten. Viele Menschen freuen sich auf die Berichte, weil LOS 5 ihnen viele Artefakte und Dateien gegeben hat, die mit dem Geld-Pud-Bereich verbinden. Die Wände der Höhle, Steinformationen und leere Räume, die mit einer Kamera untersucht wurden, sind einige der Dinge, die man erwarten würde, zu finden. Laut dem Bericht wurde ein Bild gefunden, das aussah wie Klumpen von Zement, auf magnetische Susceptibilität. Es ist eine ovale Form, die, wenn sie auf die Seite gedreht wird, wie ein großes Loch aussieht. Es gibt auch große Löcher im Boden in dieser Gegend, die auf ein Steinmerkmal hinweisen, das überraschend größer ist als das große Merkmal selbst und darunter verborgen ist. Es besteht kein Zweifel, dass das Team verwirrt ist und nach den Ergebnissen der Datenanalyse offen für neue Ideen ist. Das bedeutet, dass es mehr zu untersuchen gibt, als man dachte. Zunächst war das Team an dem runden Merkmal interessiert. Jetzt sind sie mehr besorgt darüber, was größer ist und darunter liegt. Ist es eine Art Siegel für einen Tunnel oder eine Preiskiste? Oder hält es Dinge, die viel älter sind als die Insel oder die Entdeckung? Jamie, ein Archäologe, sagt, dass die größere Konstruktion kein Zufall ist und nicht das Ergebnis natürlicher Ereignisse ist. Es sah so gut zusammengesetzt und geplant aus, dass es von jemandem mit viel Zeit gemacht worden sein muss, um es genau richtig zu bekommen. Es könnte sein, dass die Leute, die vorher auf der Insel lebten, es getan haben. Oder es könnte das Werk von Suchern sein. Oder verrücktere Ideen sind reichlich vorhanden, das Militär, das die Insel einst hielt. Interessant ist, dass die Baujahre für beide Strukturen unterschiedlich zu sein scheinen. Das bedeutet, dass es eine gute Chance gibt, dass eines vor der Reihenfolge existierte und möglicherweise als Modell für das andere verwendet wurde. Es scheint, dass der einzige Weg, mehr Informationen zu bekommen, darin besteht, zu wissen, wann das Gebäude fertig sein wird. Sobald das erledigt ist, könnte es möglich sein, mehr über die Gesellschaft, die dort lebte, und über die Herkunft der Menschen, die vor ihnen auf der Insel lebten, herauszufinden. Das Team hat die Idee, dass die Struktur möglicherweise nicht von nur einer Generation gebaut wurde, aber wurde stattdessen im Laufe der Zeit verbessert, um seinem Zweck besser zu dienen, bis es durch natürliche Ursachen abgenutzt oder aufgegeben wurde. Obwohl das Ergebnis nicht großartig war, zeigt es, dass das Team wahrscheinlich auf dem richtigen Weg ist, das Rätsel der Insel zu lösen. Nach dem nächsten Morgen kehrt das Team zur Gartenwellenoperation zurück, um zu sehen, welche Änderungen vorgenommen wurden und ob es seit der tieferen Bohrung neue Entdeckungen gab. Das Dümass-Bautheam setzte dann den Schuh zusammen, der aus einem Metallrahmen bestand und dazu dienen sollte, sie vor dem Boden zu schützen, während sie das Gebiet unter der Oberfläche erkundeten. Um dies zu tun, muss man einfach unter den Schuh graben und einen weiteren Abschnitt hinzufügen, um einen Teil des Schuhs herzustellen. Sie müssen auch fünf Stapel Schuhe hinzufügen, um die Struktur zu erstellen. Am Boden des Gartenschachtes, der etwa 25 Meter tief ist, hat Dumas Construction den Schuh eingesetzt. Der nächste Schritt besteht darin, die Welle durch den Schuh auf eine Tiefe von mehr als 29 Metern zu verlängern. Sobald dies erledigt ist, kann es als Weg genutzt werden, um zum Tunnel und anderen gebohrten Löchern zu gelangen, die zum Babyblock führen, wo sich der Hauptgewinn befindet. Es ist keine Überraschung, dass es nicht einfach ist, den ersten Schuh zu reparieren und ihn an das Ende des Gartenschachtes zu schieben. Es wird wahrscheinlich ein paar Stunden dauern, bis es fertig sein kann. Ein anderer Teil des Teams, die Archäologen, haben auch wieder auf Los 5 begonnen zu graben und arbeiten sich durch die runde Steinmulde. Es scheint, dass seit dem letzten Bericht noch mehr Arbeit geleistet wurde. Aus dem, was auf den Magnetometerdaten zu sehen ist, sieht es so aus, als hätte das runde Merkmal ein großes rechteckiges Merkmal darunter, wie auf den Bildern im Interpretationszentrum gezeigt. Dies wurde auf Los 5 bewiesen und es scheint, dass das Archäologenteam mehr herausfinden konnte. Sie denken, dass der Bereich mit fließendem Wasser sich außerhalb der Steinmauer befindet und den Hohlraum in Kreisform umgibt. Allerdings wird die volle Breite erst bekannt sein, wenn mehr gegraben wurde. Das aktuelle Ziel ist es, die Größe des rechteckigen Features herauszufinden, ohne mögliche Artefakte zu erzwingen. Dies liegt daran, dass das Durchzwängen die schnellere und einfachere Option ist. Aber es besteht eine über 99%ige Chance, das Objekt irreparabel zu beschädigen. Die meisten der gefundenen Artefakte sind gebrochene Stücke von Creamware. Es sieht so aus, als ob das Zusammenfügen der Teile ausreichen könnte, um das ganze Schiff zu bauen. Während das Team sorgfältig durch den Schmutz und die Steine sortiert, hoffen sie, mehr Hinweise zu finden, die ihnen helfen, mehr über die kreisförmige Vertiefung und ihre Bedeutung zu erfahren. Während der Sortierung findet Jack etwas anderes. Dieses Mal gibt es keine Teile aus Creamware. Das gesamte Team sagt, es sieht sehr aus wie ein handgemachter quadratischer Verschluss mit Spitzen, die wie Rosenköpfe aussehen und vielleicht aus den sieben Zehnhunderter Jahren stammen. Jamie erwähnte eine interessante Tatsache über Eisen, die zu einer Zeit hergestellt wurden, als sie nach außen korrodierten statt nach innen, was die Struktur des Eisens vertieft. Das Eisen war außen mehr abgenutzt als innen, was bedeutet, dass es lange vor der Entdeckung der Insel hergestellt wurde, möglicherweise sogar 100 Jahre bevor es gefunden wurde. Ihre Idee scheint zur Vergangenheit der Rosenstacheln zu passen. Sie werden häufig von Hand mit Hämmern hergestellt, die Rosenblütenköpfe haben. Und die Spikes werden verwendet, um Häuser in großen Schiffen zu bauen, was uns zwei mögliche Geschichten für die kreisförmige Vertiefung bietet. Der Spike hätte Teil eines Bauwerkzeugs sein können, das nach Fertigstellung des Projekts zurückgelassen wurde. Oder es könnte ein Produkt gewesen sein, das ein Seemann auf die Insel brachte, um es für sich selbst zu nutzen. Vielleicht um ein Haus oder einen Tunnel zu bauen. Gut, dass es eine Möglichkeit gibt, den Spike mit anderen Spikes zu vergleichen, die bisher auf der Insel gefunden wurden. Der Stachel wurde in eine Tasche gelegt, damit er gesehen und von der CT-Maschine untersucht werden konnte. Kurz nachdem der Stachel gefunden wurde, wurde auch ein anderes Metall gefunden. Das Team denkt, es ist ein Griff, vielleicht für ein Werkzeug, weil es lang, dünn, leicht ist und einen eigenartig geformten Kopf hat. Diese beiden Funde scheinen auf die ersten Menschen hinzuweisen, die auf der Insel lebten, und auf die Menschen, die die Geldgrube errichteten. Es ist viel zu spät, dass diese Funde von Jägern als Werkzeuge genutzt werden. Es gehörte entweder den Ureinwohnern oder Menschen, die dort Reichtum versteckt haben. Blaine Carr, ein ehemaliger Sträfling. Experte, arbeitet noch im Money Pit Bereich. Er benutzt ein Sonargerät, um die Aladdin-Höhle zu scannen und Informationen über seine Eigenschaften, Merkmale und Maße aufzeichnen. Er untersucht auch alle Tunnel, die sich in der Nähe der Höhle befinden. Um die Arbeit zu beginnen, wurde das Ecologger DAS 710-Scan-Gerät vorsichtig durch das Loch gebracht. Ton, Wände, Seiten, der Boden oder irgendein anderer Winkel können von diesem Gerät reflektiert werden. Die Gegenstände erstellen eine dreidimensionale Karte des Wassers darunter, wenn sie reflektiert werden. Bei 140 Fuß entschied sich das Team zu sehen, was das Sonata-Gadget tun würde. Die Experten glauben, dass die Informationen auf dem Bildschirm die Form des Randes der Höhle zeigen. Am Anfang stammen die meisten Wahrnehmungen von Schallreflexionen. Das Team entschied sich, das Gerät lange Zeit bis zum nächsten Morgen stehen zu lassen, damit sichtbare Daten gesammelt werden konnten. Ein weiteres Mitglied des Oak Island Teams reiste ziemlich weit, um Jeff Parker, einen berühmten Waffenexperten, bei Nova Tactical zu treffen. Das Ziel ist es, mehr über die Waffen zu erfahren, die bei Ausgrabungen auf Los 5 der Insel gefunden wurden. Basierend auf dem, was die Archäologen dachten, könnte es sich um einen Ladestockführer handeln. Und der Waffenexperte stimmte dem zu. Der Ladestockführer wurde bei Musketen und kleineren Waffen wie Kippschlosspistolen eingesetzt. Die Experten denken, dass dieser Ladestock aufgrund seiner Größe und Form für kleinere Gewehre benutzt worden wäre. Etwas ähnliches könnte Teil eines Werkzeugs von einem Jägergewehr gewesen sein. Hat es eine interessantere Geschichte? Als die alte römische Nummer zur Sprache kam, schien Jeff etwas überrascht darüber, wie unwahrscheinlich es war, dass eine solche alte Waffe gefunden werden würde. Er sagte, er habe noch nie etwas so Altes gehandhabt. Und es könnte sein, dass es aus einer viel früheren Zeit als den 1700er Jahren stammt. Vielleicht sogar das 16. Jahrhundert. Das war eine lange Zeit, bevor der Money Pit gefunden wurde. Es besteht kein Zweifel, dass die Theorie des Teams nicht zu abwegig war und sie kurz davor sind, herauszufinden, was passiert ist. Der nächste Morgen ist ein wenig anders, weil das Wetter sich verändert hat, aber es sieht so aus, als würde nichts das Team daran hindern, ihre Arbeit fortzusetzen. Das Team versammelte sich unter einem Schuppen, um die lang erwarteten Videodaten von Echologger 710 zu betrachten, der 200 Fuß tief in Aladdins Höhle liegt. Laut Blaine Carr zeigt der Bericht eine flache Wandfläche, die darauf hinweist, dass sie von Menschen und nicht durch die Aktionen der Natur und Bodenstörungen gebaut wurde. Es wurde ausgehöhlt und es gibt ein Loch direkt am Eingang der Höhle. Dies bedeutet normalerweise, dass es einen Weg aus der Höhle gibt, aber kein Ausgang wurde gesehen. Diese Geschichte scheint normal im Vergleich zu anderen gefundenen Löchern, die voller Sand, Schutt und schlammigem Wasser sind. Blaine muss mehr Beobachtungen machen, bevor er eine Entscheidung treffen kann. Teile der auf Los 5 gefundenen Artefakte wurden ins Interpretationszentrum gebracht, um untersucht zu werden und die Ergebnisse liegen nun vor. Wie üblich benutzte Emma Culligan den Skyscan 1200 360 CT-Scanner und das Röntgenfluoreszenz-Spektrometer, um herauszufinden, welche Metalle gefunden wurden, was ihre Qualitäten waren und wann sie wahrscheinlich hergestellt wurden. Die Dornen der Rose waren das erste, was gescannt wurde. Sie zeigen, dass sie früher zwei Löcher am Kopf und an jedem Ende hatten. In ihm konnte nur Eisen gefunden werden, ohne Anzeichen von modernen Eigenschaften. Es hat auch ein hohes Verhältnis von Aluminium zu Silikon, was typisch für englisches Werkzeug und Artefakte aus den 1600er bis 1700er Jahren ist. Emma bestätigte auch, dass das Werkzeug anderen Gegenständen ähnelte, die gefunden wurden und Sir William Phipp gehörten, der der Hauptschatzsucher auf Oak Island war. Dieser Bericht enthüllt, dass das Team eine große Entdeckung gemacht hat, was an ihren glücklichen und beeindruckten Gesichtern zu sehen ist. Emma sagte, dass die Eigenschaften und Merkmale sehr ähnlich aussahen und dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass es jemand anderem gehörte. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Merkmal unter der runden Höhlung von Menschen gemacht wurde, die ursprünglich die Höhlen und Tunnel gegraben haben. Vor einigen Jahren traf das Team den Freimaurer Scott Clark, der die Idee aufwarf, dass Sir William Phipp vielleicht eine Verbindung zu Oak Island haben könnte. Ein Freimaurer sagte, dass ein Politiker das spanische Schatzschiff Conception vor der Küste von Ostdominica im Jahr 1641 gefunden hat. Es sieht so aus, als hätten Wellen und andere Naturereignisse die meisten der Juwelen, Bargeld und Waffen nach Oak Island gebracht. Aber Phipp konnte auch etwa 36 Tonnen Gold, Schmuck und Waffen bei seiner Entdeckung finden. Andrew Belcher, ein Freimaurer mit Verbindungen zur Mahoma Bay, die in der Nähe von Oak Island liegt, begleitete Phipp auf seiner zweiten Reise, um das Schiff zu bergen. Es ist möglich, dass nicht alle Reichtümer zurück nach England gebracht wurden. Stattdessen könnten sie auf der Insel aufbewahrt worden sein, wo niemand lebte, sodass niemand von ihren Heldentaten gewusst hätte. Ist es möglich, dass Phipps die Stücke, die er für sich selbst versteckt oder auf Anweisung eines hochrangigen Beamten versteckt hatte, nie zurückbekommen hat? Der quadratische Verschluss wurde ebenfalls untersucht und die unregelmäßigen Formen und gewählten Ränder an seinen Seiten beweisen, dass er von Hand gemacht wurde. Die Tatsache, dass es keine moderne Metallurgie hat, zeigt auch, dass es alt ist. Wie bei der ersten Analyse hat es ein hohes Verhältnis von Aluminium zu Silikon. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es etwas mit den verschwundenen Schätzen von Sir William Phil zu tun hat. Ist es ein Zufall? Oder gibt es wirklich eine Verbindung zwischen dem hohen Metallgehalt an einigen Orten und dem Silber, das beim Wrack der spanischen Conception verloren gegangen ist? Eines ist klar, dass Los 5 mehr zu bieten hat, als das, was gefunden wurde. Was war der Ausgangspunkt für die vergrabenen Reichtümer? Oder wollten verschiedene Menschen die Schätze an verschiedenen Orten, was dazu führte, dass sie aufgeteilt wurden? Während die Wissenschaftler im Team sorgfältig in mehreren Vertiefungen auf Grundstück 5 graben, scheint die Antwort unter dem Boden begraben zu sein. Los 5 scheint ein Geheimnis zu enthüllen, das geheim gehalten wurde. Aber was ist das? Am nächsten Morgen trifft sich das Team mit Blaine Carr im Kriegsraum, um an seinem Bericht über Aladins Höhle zu arbeiten. Dem Team wurde ein 3D-Bild gezeigt und er denkt, dass der gelb-grüne Bereich bergab geht, während der dunkelrote Bereich die Wand ist und zeigt, wie tief die Höhle vom Boden geht. Leider hat der Sona-Scanner keine Aufzeichnungen auf dem Höhlenboden gefunden, was in diesem Fall der wichtigste Teil des Berichts ist. Blaine sagte, dass dies daran liegt, dass die Wand die Sicht der Kamera behindert und etwas Schatten darauf wirft. Er bestätigt jedoch, dass es eine Lücke zwischen den beiden blauen Linien gibt, was bedeutet, dass es ein Ein- oder Ausgang sein könnte. Diese interessante Tatsache ließ das Team gut fühlen, dass ihre harte Arbeit endlich Früchte trug und sie suchten weiter nach dem Ausgang der Karawane. Es ist möglich, dass der Ausgang wegen natürlicher oder menschgemachter Veränderungen der Erde blockiert ist. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht von Schmutz und Ablagerungen befreit wird, wenn er gefunden wird. Blaine ist sicher, dass die Höhle, auch bekannt als Aladins Höhle, zuerst von Menschen gebaut wurde. Aber es ist möglich, dass es mit der Zeit natürlicher geworden ist, da die Menschen schon lange nicht mehr dort gewesen sind. Auf die Frage nach der Größe des Lochs sagte Blaine, dass die Struktur der Höhle keine klare Antwort gibt, weil sie 30 Grad abfällt. Das ist auch der Grund, warum das Sonar den Boden der Höhle nicht sehen konnte. Er sagt jedoch, dass die Schwerkraft es sehr wahrscheinlich macht, dass der Reichtum am Boden liegt und dass dort möglicherweise auch andere Artefakte versteckt sind. Er sagt, dass in den anderen Teil der Höhle ein anderthalb Meter tiefes Loch gebohrt werden sollte, um zum Grund zu gelangen. Diese Methode könnte es dem Sonar-Scanner ermöglichen, den Boden zu sehen. Am Ende des Treffens stimmen alle zu, dass Blaine ein weiteres Loch bohren sollte, um mehr über Aladins Höhle zu erfahren und mehr Informationen zu sammeln, bevor mit dem Graben begonnen werden kann. Wenn Ihnen gefällt, was Sie bisher sehen, abonnieren Sie den Kanal. Ohne Zweifel hat diese Woche das Team noch näher an die Lösung des Rätsels der Insel gebracht. Vieles von der geleisteten Arbeit hat geholfen, den verlorenen Reichtum zu finden. Es sieht so aus, als würde der nächste Schritt uns noch näher an das Finden des Preises bringen. Die Suche geht weiter und der Schatz ist immer noch da draußen, vielleicht sogar in der nächsten Show.